Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Federkönigin anzunehmen bei Schwingen weiter Nifek in Zuldazar. An dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an und begebe mich nun zur Position, wo sich die Federkönigin auffällt. Ich glaube, sie kann hier ein bisschen in diesem Gebiet auch patrouillieren. Also sie muss nicht unbedingt hier sein. Mache dennoch die Map auf, hier in diesem Gebiet oder in diesem Gebiet. Weiß nicht, wie groß sie patrouilliert. Habe sie noch nicht auf lange Zeit beobachtet. Wie man sieht, wird sie schon von jemand anderem gemacht. Alleine sollte sie aber auch kein Problem darstellen. Und man darf nicht vergessen sie zu looten, da man ein Quest Item benötigt. Nun geht's zur Abgabe. Kurz geruckelt, aber das macht ja nichts. So, Questes abzugeben bei Schwingen weiter Nifek in Zuldazar. Jetzt ab, in dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.